Hallo? Wojtek? Alizia? Ja, da helfen wir natürlich. Machen wir sofort. Wir müssen Liegestütze machen für Wojtek und Alizia. Bitte alle in den Ratssaal kommen. Ja, alles klar. Ich komme sofort. Ja, super Sache. Ich bin dabei. Ich komme. Ja klar, Chef. Geht klar. Auf jeden Fall. Młodzi przyjaciele Partnerstwa Miast, Uczniowie Atendor, są gotowi do wezwania. Dla Wojtek und Alizia. I kładziemy się. Uwaga. Raz. Drei. Drei. Dzieje. Sechs. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sieben. Drei. Danke. Die SG Atendor & Enest wünscht Wojtek und Alizia alles Gute, viel Glück und Gesundheit und einen schönen Gruß aus der Partnerstadt Atendor. Liebe Wojtek, liebe Alizia, wir wünschen euch alles Gute und viel Gesundheit. Die Feuerwehr der Hansestadt Atendor wünscht euch alles Gute. Wojtek und Alizia, das ist für euch. Witamy Rawicz, 10 metruzzyme, SV 04 Atendor, na niemiecki. I bydemy Teraszrowicz, Puszki, okazde, za 10. Alles Gute für Wojtek und Alizia wünschen Ulla und Ralf vom Team Atendor. Jawohl. Liebe Freunde aus Polen, wir haben die Nominierung unserer Freunde aus Rawicz sehr gerne angenommen und unterstützen diese wertvolle Challenge natürlich sehr gerne. Als Nächste wollen wir nominieren für die Challenge Thorsten Klute, den Polonia-Fachmann im Land Nordrhein-Westfalen und Jakub Wawciniak, den Generalkonsul der Republik Polen in Köln. Beide standen bereits beim Abschluss der Städtepartnerschaft Pate für die Partnerschaft zwischen Atendor und Rawicz.